Versuch's mal mit der Brantel auf dem Tisch. Was ist das? Na, du? Leck die Nuts an. Das ist ein bisschen schweig, sondern nur viele Nuts. Trinkt mich. Lieber essen, man kann nicht essen. Will man laschen? Dann ist es sehr leicht, die mit dem Lichter fängt. Ich würde mich da nicht dafür zu hören. Ach nee, ich hab's nur mit mir selber früh. Ich hab's nur mit mir selber früh. Schmeck dir nach. Käschen. Kirsche. Schokolade. Du lebezahlen. Was ist denn hier geschehen? Mit der Brotten, die eine Krüfte. Geht sie doch. Ich hab genau die richtigen Gründe. Nein, geschlossen. Ich hab vergessen, dir zu sagen. Ich hab's nicht besser ausgedrehen. Oh, nee. Du bist die. Du hast doch den Schlüssel. Das wäre schlimm, wenn du die oben hier was hättest. Ach, lieber Frau. Ja, aber wie hole ich da nur ran? Probieren. Ich überziehe dich mal aus. Ist nicht? Na schön. Weiß der Junge, was jetzt passiert? Au, 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 au. Oh, was auf? Zu meiner Nase? Du bist der Junge. Du bist der Junge. Du bist der Junge. Du bist der Junge. Vielen Dank.